Gut, dann habe ich noch ein paar Fragen. Kein Problem, was willst du wissen? Wie viele ungewollte Schwangerschaften Sie hatten, das kann ich ja bei Ihnen nicht fragen. Aber was mich interessieren würde, was haben Sie für ein Haustier? Was ist das denn für eine Frage? Das ist doch eine ganz einfache Frage. Haben Sie Haustiere? Äh, ja, einen kleinen Hund. Na sehen Sie, welche Social-Media-Kanäle benutzen Sie? Ist das denn wichtig? Antworten Sie doch einfach auf meine Frage. Äh, hauptsächlich TikTok. Geht doch. Gehen Sie gern zu Partys und wenn, zu welcher? Zu welchen? Ja, zu welchen Partys gehen Sie? Ist das so schwer zu verstehen? Bin ich hier nicht in einem Vorstellungsgespräch? Warum können Sie nicht einfach mal nur eine einzige Frage, nur eine einzige Frage mal normal beantworten? Weil das alles Fragen sind, die in den privaten Bereich gehen. Die Sie bei einem Vorstellungsgespräch beantworten müssen. Wie kommen Sie denn auf so einen geistigen Dünnschiss? Egal. Wohnen Sie noch bei Ihrer Mutter? Ja, zum Glück. Wieso zum Glück? Weil ich so einen sehr kurzen Weg habe. Sie meinen zu unserem Unternehmen? Nein, um mir von unserem Vorstellungsgespräch zu erzählen. Sie ist Anwältin und sie hört sowas immer sehr, sehr gerne, was hier so abgeht.